Von den Wesenhaften auf Lanzarotte. Ich nahm am Seminar teil 2016. Das Seminar führte Ingrid Zinnel. Die Frau mit wunderbaren, geistreichen, lebendigen, beinahe wundersamen, hervorragenden Eigenschaften zog Wesenhafte an in reicher Fülle. Täglich, ja sogar in der Nacht. Nicht nur die Insel Lanzarotte vermag das, sondern auch die Menschen, die dort geführt, dieses suchen. Nun, wir hatten also im Seminar einen Tag, eine Stunde, in der wir zwölf Teilnehmer oder noch mehr, wir waren, ich weiß nicht mehr, wir mussten eine Palme aussuchen. Es waren viele da und so nahm ich die Palme mit der schönsten, grössten, höchsten und einfach die Palme, die da stand. Und ich saß an die Palme. Wir setzten uns also unter die Palme, jeder für sich unter eine Palme. Dann, als ich irgendwie aus dem irdischen Denken weggetreten bin und nur so war und noch ein Gebet für mich hielt, da geschah etwas Wundersames. Die Palme stand auf, bekam ein wesenhaftes Äusseres, stand also auf und ich war immer noch auf der Wurzel der Palme. Und die Palme ging mit mir mit Riesenschritten so schnell, ja, so schnell wie ein kleines Flugzeug, ging sie über die Erde hinweg, über alle Lavas und Geröll von Lanzarotte bis ans Ende der Insel und ist da wieder umgebogen und mit mir, ich hielt mich fest an der Wurzel und sie ging weiter und weiter und an diesen Ort wieder zurück. Ja, das war ein tolles Erlebnis und so viele gab es auf der Insel in diesem Seminar. Ja, jeden zweiten Tag hatten wir ein ähnliches Erlebnis. So viel zu diesem Auf ein anderes Mal.